Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video ganz kurz knapp Entschuldigung dass keine Videos gekommen sind in letzter Zeit aber ne halt Schule und halt einfach sonst irgendwie und so und ja also man kann nicht gerade also ich kann nicht gerade viel darüber aussagen weil ne ist halt Sommer und man hat das bisschen man hat bisschen mehr was zu tun als als rumdaddeln vom PC oder sonst was obwohl ich halt voll der Suchte bin und ja wann wieder Videos kommen weiß ich jetzt gar nicht aber höchstwahrscheinlich dann wenn ich vielleicht in den Sommerferien oder halt ne einen Monat später also Ende August eventuell weil ne ich fange dann ja an also meine Idee an und dann bekomme ich Geld und dann hole ich mir höchstwahrscheinlich nachdem das G35 von Logitech und er kann auch er kann auch richtige Qualität bin weil mit diesem Headset ist schon sich aufgefallen er hat Kacke M-Manns M-Zerwa Kacke das einfach immer so ein bisschen zu leise oder zu laut ist oder gar nicht das einfach voll scheiß und weil das äh logitech USB ist ähm ist das nicht von der Soundkarte abhängig das heißt wiederum das eigentlich immer im gleichen also da immer gleich laut ist und ja noch hm Herrschach wird dann mein erstes Projekt ähm Ghost Recon Future Soldier sein das habe ich mir jetzt schon gekauft das ist die Signature Edition und eventuell im Korb auf schwer kommt darauf an wie der auch verehrte Kollege äh das gebacken gekriegt oder halt gar nicht sonst macht er halt alleine und ja das zweite Projekt weiß ich jetzt gerade gar nicht aber ich habe mir heute zum Beispiel Faible 3 geholt aber ich weiß auch was machen soll ja wir werden es dann ja sehen also sage ich jetzt mal also ne er kann mir noch den Schrauben schon noch aktiv auf dem Kanal an sich äh und abordnen Videos kommen eben höchstwahrscheinlich eher also spätestens allerspätestens so gegen Ende August äh also Ende August anfangs Mitte September oder so weiß ich gar nicht und ja ähm wer sich interessiert ich gehe auf die Gamescom aber ihr werdet dort schon so'n so'n Spaß die Schweizer erkennen falls ihr mich da sehen wollt und wenn nicht dann halt nicht ist mir doch scheißegal ähm ja naja ganz kurz und knapp halt wie gesagt also dann bis später oder bis dann oder whatever naja man hört sich Tschüss das ist da das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020